Gute Stimmung bereits vor dem Spiel der deutschen Basketball. Das war jetzt das DBB-Team, das am Drücker blieb. Robin Benzing mit den nächsten Zählern. Schwacher Abschluss hier. Und Robin Benzing mit den nächsten deutschen Punkten. Die Inselparkhalle stand dann, spätestens nach dem 65 zu 65 Ausgleich durch Robin Benzing Kopf. Die Auswahl in Straßburg auf die Equipe Tricolor. Das Rückspiel findet am 30. August in der Kölner Lanxess Arena statt. Dann hoffentlich mit ähnlichem Ausgang.